Hallo liebe Leute, wir sind gerade bei Costa und Barbara, die hier eine eigene Gasfirma haben in Dortmund. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei den Gas kaufen. Die haben einen super Preis. Ja, ich habe gerade mal unsere Challenge geguckt. Wir sind gerade bei 636 Abonnenten und wir wollten ja die 1000 voll kriegen. Also meine Frage ist, wollt ihr uns verschonen? Wollt ihr nicht, dass wir einen Ekelcocktail trinken oder diese Eisbacken-Challenge machen? Ja, vielleicht musst du mal was aus eigener Kraft machen. Ich soll was aus eigener Kraft machen. Also soll ich Leute ansprechen und sagen, hey, lass ein Abo da. Wir stellen dich vor einen Camperladen und dann musst du alle Leute. Und dann Leute anquatschen, oh Gott. Wir machen eine, wer kriegt schneller 10 Abonnenten oder sowas machen wir. Meinst du? Ich glaube schon. Meinst du, wer kriegt schneller 10? Sollen wir machen? Leute, was glaubt ihr, wer kriegt schneller 10 Abonnenten? Wir müssten uns mal wirklich vielleicht die Tage auf Socken machen und Leute ansprechen. Was glaubt ihr, wer kriegt zuerst 10? Illo oder ich? Ja, ich auf jeden Fall. Also ich bin ein viel charmanterer Typ. Charmanterer Typ. Also wenn ich dann... Achso, und ich bin hier die nicht charmanterer Typ. Aber ich bin auf jeden Fall eh immer ein Stückchen besser als du. Gar nicht, stimmt doch gar nicht. Wo bist du denn besser? Überall. Sag mir was, wo ich schlechter bin. Hula Hoop. Ja, das ist ein Mädchen-Ding. Ah, was? Hä? Das zählt doch wohl nicht. Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Jetzt versaut das dich hier wieder mit mir. Ja, nur Hula Hoop kannst du, sonst kannst du gar nichts. Ich sag gleich der Barbara, dass du nichts zu trinken kriegen sollst. Oh, richtig, nichts zu trinken, es ist total heiß hier in der Sonne. Ah, ist das schön. Jo, Leute. Ja, guckt auf jeden Fall da mal auf der Internetseite hier bei unseren Freund B Costa Gase. Ist wirklich... Aus Dortmund. Ja, genau. Das ist circa in Dortmund, wo S&E ist. Fahrt einfach an S&E mal vorbei und dann ist das hier direkt. Ein paar Meter weiter und da gibt es auch. Und die beiden sind super, das ist ein kleines Familienunternehmen. Und die sind immer ein Stückchen günstiger als die großen. Und wir kaufen bei den Kleinen, weil wir wollen die Kleinen auch unterstützen. Und die sind top nett, die beiden. Ja.